Am Morgen des 5. Juni treten deutsche Panzerdivisionen zum Angriff über die Somme an. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik An den Südhängen der Somme werden die Panzer zum Angriff bereitgestellt. Musik Der zur Erkundung eingesetzte deutsche Heeresflieger wird eine Meldung über Zusammenziehung französischer Panzerverbände haben. Musik 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 Feindpanzer ein Sieg. Feindpanzer ein Sieg. Und auf Halsam stoßen die deutschen schnellen Truppen auf die untere Seine vor. Sieg. Der große Seehafen von Paris ist das Ziel des deutschen Vorstoßes. Der Feind setzt vor seinem Abzug die großen Öllager hinwand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Den Anstrengungen deutscher Soldaten gelingt es, die herrliche Kathedrale vor der Vernichtung zu retten. Musik Meine Herren, morgen wird angegriffen. Musik Hoffentlich sehen wir uns morgen früh bei so einem Ausgang und am Schmödelamm. Doch auf Wiedersehen, meine Herren. Musik 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 Musik